Ich hab ne Truhe hier vergessen. I know, I know. Okay, für den Move musste ich rennen. Für den Finishing Command. Fearaw, Level 3. Sehr schön. Hm. Richtig, das andere Fearaw hatte ich ja nicht mehr. Gut, dann holen wir uns doch den ersten Dreier-Magic. Nämlich endlich ver... Nö, ich hab noch ein zweites... Ah, ich brauch das zweite auch auf... Na toll. Ich brauch das zweite auch auf Level 3, um Fearaw zu schmelzen. Na gut, na gut, na gut. Wird hingenommen. Wird hingenommen. Ist okay. Wird hingenommen. Ist der mit gar nichts anderem verschmelz... Ja, außer mit... Nö, das seh ich nicht ein. Ich brauch was zum Heilen. Ich kann mir nix mehr kaufen sonst. Ich nutze bestimmt keine Items. Am Arsch ist. Ich glaub ich le... Ich weiß nicht, tut mir leid. Das weiß ich nicht. Na also. Twisted Hours. Na, ach nein. Twisted Hours, ja. Ha, fuck is it. Dann werden wir noch ein paar... äh, ein paar Finish-Commands freischalten. Und guck mal, woher hat man hierher? Ich mein, ihr seid nicht viele, aber trotzdem. Kann ja nicht sein, dass ich euch alle übersehen hab. Okay, was soll ich da Ero machen? Wetten nicht? Natürlich nicht. Wird ja sein können. Oh, trink mal wieder ein Mogri. Wo jetzt, wo das Ding da ist, kann ich... Boah, shit. Mal Thunder auf Level... Ah, okay, machen wir mal. Machen wir erstmal Zero Gravity. Komm, Mist, was? Scheißer Freeze-Raid ist eh auf Max. Nehmen wir stattdessen Thunder. Thunder! Wie gesagt, Cura wird noch gebraucht. Oh no, da geht's nicht weiter. Da hätt's gedacht. Nein, natürlich darf ich jetzt... Hier, Viecher. Oh ja, Thunder. Das ist so für'n Arsch. Ne, Level hoch durchlaufen. Hm, so kann man eigentlich sehr schön Erfahrungsformen. Okay, wenn ich mal Erfahrung brauch... Und das kommt definitiv noch. Dass ich die Level brauchen werde. Okay, Zero Gravity. Thunder! Feuer! Jawohl, Thunderbolt! Feuer! Thunder! See ya! Bam! Finish! So, wie krieg ich jetzt noch... Ey, komm ich jetzt noch mal zur Aqua. Erstmal speichern wir da zwischendurch. Ich hab schon wieder drei Level oder so hier gemacht. Das ist abnormal. Obwohl, drei ist noch... Naja... Weil ich bin hier mit 17 rein, glaub ich. Oder wie viel? Keine Ahnung. Hm... Moment, ich weiß nicht, ob ich ja auch die Maus aufnehme. Wenn ja, dann... 7, 7, 7. Nicht mal provoziert. Bin ich gut oder bin ich gut? Also ich muss mich grad ernsthaft... Ich find's geil. Ich mag die Zahl. Eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht bewegt, dürfe ich mit einem Angriff 7777 Schaden machen. Aber naja, schon wird zu spät. Schon wieder Erfahrung bekommen. Durchlaufen! Natürlich ist Aqua hier irgendwo. Nicht. Ich treff auf Aqua. Bin ich wirklich mit Terra auf... Aqua! Nee. Ja. Verstehst du? Moment. Du hast bereits gewonnen? Komm schon, Venn. Ich dachte, du wärst stärker als das. Dann hast du ihn fast schon. Probier's wieder. Hey, warte. Du bist jetzt zusammen? Ben. Ja. Und so lange, als du die Verkaufs hast, oder auch nicht. Okay, gut. Ich hab' mich verguckt. Seine Augen sind auch nicht mehr leer. Ist nicht nur nicht so gesprächig. Hä? Woher hat denn das jetzt her? Ach, guck mal an, wer da kommt. Die beiden kennen wir auch. Ach, hallo Axel. Oder so gesagt, Lea. Lee. We don't have time for this. Oder Lee. Lighten up, Isa. It'll only take a sec. Und Isa. You still play with toy swords? That's cute. Now this right here. Ta-da! What do you think? Ah. You're just jealous. I'm Lee. Got it memorized? Ventus. Okay, Ventus. Let's fight. Fight? Why would I want to do that? You scared of losing? Come on. Hope you're ready. Good old Lee. Ha. Ha. Yeah. Now we're talking. You're going to be sorry. Ha. Ha. Ach, Isa. Ha. 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 Oh ja, Iza. Haha, haha, haha. Lee, wir müssen gehen. Okay. Schon? Ich sehe dich, wenn ich dich sehe. Nach allem, wir sind Freunde. Ha, get's memorisiert. Okay, Lee. Oh ja, sie sind Freunde. Was ist es mit dir und mit schwere Puppe? Ich will, alle, die ich kenne, mich erinnern. In den Menschen-Memoren. Ich kann immer leben. Ich weiß, dass ich dich nicht vergessen werde. Ich glaube, ich immer versuchen. Siehst du? Ich bin Immortal. Du bist obnoxious. Du bist bereit? Well, ich kann sagen, dass du bist. Ja. Es muss schön sein sein. Ich weiß nicht, wer deine Freunde sind. Oh ja, na? Wir wissen ja alle, was da draus wird aus Wenn und Lee. Hust, hust. Was? Frolic Flame. Nicht dein Ernst. A well-balanced Keeplevel provides an extra boost to all your stats. Na, mal gucken. Sieht zumindest geil aus. Ich meine, immerhin ist es ein Geschenk von Lee. Oder nach Lees Chakrams gebaut. Möchte ganz Chakrams noch. Yes, geschafft. Radiant Garden abgeschlossen. Und als nächstes haben wir... Ach! Schau mal einer an. Oh, schau mal noch einer an. Schau... Da will ich ja eigentlich gar nicht rein. Aber ich muss ja rein. Naja, ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Wir kommen gut voran. Außer, dass ich immer noch ein paar blöde Commands drin habe, die ich mal in nächster Zeit ein bisschen updaten muss. Wie gesagt, Lee und Ventus. Diese Freundschaft überdauert mehr als nur ein Leben. Wir wissen alle, was aus den beiden wird. Hoffe ich. Ich spoil nichts. Außer das offensichtliche, wenn ich überhaupt was spoil. Von daher, ja. Er wird es memorizen. Zumindest umgedreht. Was erwartet uns das nächste Mal? Disney Town mit Combat Level 5. Ja. Oder natürlich... Deep Space mit Combat Level 6. Oder aber... Olympus Coliseum mit Combat Level 5. Ich glaube, wir werden erstmal Disney Town kleinen Besuch abstatten. Der wahrscheinlich doch größer wird, weil ich ja doch auch ein bisschen erkunde und alles. Und ja. Danach ins Olympus Coliseum. Spiele ich doch erst 6 Stunden 41. Ich habe nicht mal... So kurz noch aufgenommen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht. Fuck. Naja. Egal. Wie dem auch sei. Ich werde hier mal wieder speichern. Mal wieder, wieder. Wieder, 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 wieder. Und naja. Dann mache ich hier erstmal dicht für heute. Ich sage, ich bin schon auf den 2K7. Das war's mit Kingdom Hearts Burst by Sleep für heute. War mal wieder etwas kürzer. Sorry dafür. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der fiktor, dieser sei denn, sie sind jetzt g sevenzigõig, vor kürzer. W pół отдых war mal. Ich denke, das ist schwierig. tragic, mittlerweile Même novel rev for.